Das ist Noah. Er kommt aus München. München ist in Bern. Bern ist in Deutschland. Deutschland ist in Europa. Und Europa ist in der Welt. Noah kommt zur Universität. Von Orgen zu studieren. Er hat keine Freude in den USA. Er will Leute treffen, aber nicht. Er spricht kein Englisch. Hallo. Mein Name ist Noah. Ich komme aus Deutschland. Ich spreche kein Englisch. Ich bin verloren. Oh, hallo. Das ist okay. Wir sprechen aber gut Deutsch. Wir können dir helfen. Ich heiße McKenzie und sie heißen Lassie am Tira. Hallo. Wo in Deutschland kommst du? Ich komme aus München, in Bern. Ja, aus München. Mein Großvater kommt aus München auch. Aber er ist jetzt tot. Oh, es tut mir leid. In den Schulegang. Ich habe keine Kleidung. Wo kann ich Kleidung kaufen? Der Dugshop. Oh, komm, es ist Bürgern. Ich habe keine Kleidung. Dies ist die Bibliothek. Sie heißt Library. Sie hat die Videos, die Bücher, die Computers und ja. Oh, cool. Sechs ist das Museum. Es hat die Bilder und die Künste. Cool. Okay, wir sind hier. Ein kaufen seid. Okay, ein Hütze. Ja, danke. Ich liebe es. Was kostet es? 30 Euro. Oh, das ist Urkul. Ah, dieses Jahr kostet nur 13 Euro. Oh, ich liebe es. Was kostet es? 13 Euro. Das ist gut. Das ist gut. Oh, das ist gut. Es ist schönes Grünes Sunset. Musst du die gelbe Schuhe? Ja. Die haben eine gute Nase. Eine Klappe. Ein Finger. Ja. Und ein Haus. Ja. Hier geht es. Ah. Vielen Dank. Ich liebe nicht. Wo ist die Böcher? Eine Schere. Wo ist der Wörterbuch? Die Böcher sind in der östen Stock. Und die Schere und die Bleistift sind an der Erdgeschoss. Okay, gern. Wo steht ein Wörterbuch? Okay. Okay, wir können euch. Okay, hier ist ein Wörterbuch. Haben Sie alles? Ja. Okay, haben Sie Geld? Uh, uh, nein. Oh, um, okay. Wir können diese Kleider und Dinge für dich kaufen. Oh, danke schon. Aber jetzt habe ich ange. Okay, dann gerne in die Cafeteria. Okay. Warum kommst du nach Amerika? Ich komm nach Amerika zu studieren. Ich will Englisch lernen. Mit der Prämie. Aber, ein Lichter, nein. So, äh, keine Sprache. Ich will Englisch lernen. Ja. Ja. Kannst du Amerika bis jetzt? Ja. Es ist sehr schön. Was studieren Sie? Ich studiere Französisch. Ich studiere Französisch. Ich bin ja, ich studiere Französisch. Ich bin ja, ich studiere Französisch. Ich studiere Französisch. Ah, das ist schön. Was ist das? Das ist mein Salad. Salad. Okay. Aber es ist mehr Cocky. Hier ist das. Oh. Was ist das? Was ist das so gut? Frust. Und wir wollen die Milch. Ja. Ja. Honig. 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 Zitrone. 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 Nein. Zitrone. 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 Danke. Ist das gut? Ja, sehr gut. Ich komme aus Bündel, Kalifornien. Ich liebe Ausnerisch. Ja, ich kann. Ja, ja. Ich komme aus Salem. Hallo, Wille. Moise. Während Ihr in die letzten Hose, ich war nicht sicher. Ich bin ja не angekommen, Ja, wir lernen Wurzeln. Wir lernen Wurzeln. Wir lernen Wurzeln. Und dann wir immer wieder Bedeutelung nicht. Also we go. Ein Wurzeln. Ein Wurzeln. Ich kann Sie hier mal auf sein. Was ist die Nummer? Ja, das ist die Nummer. Ja, die Nummer ist 8. Steini. Try. Try. Why? Ein. Sieben. See? Okay. Die du jetzt mal hier wirst, okay? Cheers! Cheers! Apropos Kommen Sie das Lidspiel Die hauen den Susebo! Ja natürlich! Das ist mein Lieblingslein! Ja! 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 Wenn man die Sorgen dann vergisst, fühlst du dich manchmal auch so allein. Am I still good? Come in a little bit more, come into it. More, more, more. Good. Good. Links ist die Library. Oh, dammit. Okay, haben wir alles? Ja, danke. Oh crap, I just said the wrong thing first. Okay, ready with you. Warum kommst du auch weg? ich komm nach Amerika zu studieren. Und ja... ść? Oh oh oh! Oh oh oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017